Hallo und herzlich willkommen zur Verlosung der Einzeltrainings vom Shopstarter Plus Projekt Azubi aufs Land Marketing für grüne Berufe. Vielen Dank. Wir möchten heute recht herzlich den Geschäftsführer des Landesbauernverbandes Brandenburg, Herrn Thunlisch, begrüßen. Er wird heute für uns die drei Gewinner ziehen. Ich freue mich heute Teil der Verlosung zu sein und ich wünsche allen teilnehmenden Betrieben viel Erfolg. Über ein Einzeltraining freuen darf sich der Agrarbetrieb Rehfeld GmbH in Pokerlin. Der zweite Betrieb ist die Bauerngesellschaft Ziltenhofer Niederung GmbH. Und der dritte Betrieb ist die Agrar GmbH Wölder und Wendorf. Herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei allen Betrieben, die an der Verlosung teilgenommen haben. Wir werden in den nächsten Tagen Kontakt mit den Gewinnern aufnehmen. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Ziltenhofer Niederung GmbH